Herzlich willkommen! Wir gehen jetzt noch mal mit mir an. Vielleicht noch ein bisschen kühl. Noch. Wasser haben wir bereits. Kleiner mit fettig. Dann geht er los. Kühl. Mit weinen. Hoch. Auf jeden Fall ein. Dann gehen wir auf den Boden nicht. Aber ja, wir werden gleich in die Gelder gehen. Und hier. Vor noch hinten. Wir kommen hier rein. Dann werden wir geparkt hier. Wir werden geparkt. Wie war das? Wir werden hier mal. Und hier können wir. Kann ich liegen. Ja. Jetzt schwecken diese. Die Länge haben wir. Soll. Und tut es nicht. Geradeaus fahren wir. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Ausat uns. und hier. Und hier. Hier wird die Flöden des Militärs. Hier wird die Flöden des Militärs. Hier wird die Flöden des Militärs. Das war eine Fuhrer, ich bin ein bisschen frei, der Herz geht dann nicht gut, aber ich habe schon voll gewohnt. Es ist sehr freundlich. Aber das ist sehr gut. Das ist ein bisschen viel zu viel gemacht. Das ist ein bisschen viel zu viel gemacht. Das ist ein bisschen viel zu viel. Das reicht, kann man sehen. Die Reue durch den Winter. Die Lagerung kann man anbieten. Das ist ein bisschen auf. Ich versuche es mal, dass wir hier in der Nähe gehen. Aber da schaue ich jetzt in den Ball nicht. Jetzt können wir eine Fräse ran und dann einen Hänger voll machen und hierher kommen. Dann kann man die Fräse rein. Die Fräse sieht ein bisschen aus, dann kommt die zeitgelose Falten. Und immer sehen wir, dass die Fräse sind. Die Fräse sind immer wieder in der Höhe von den Fräse. Die Fräse sind immer sicher. Die Fräse sind immer höher. Aber die Fräse sind immer höher. Die Fräse sind immer höher. so ne? so ne? Oh, das ist so gut. Das ist ein bisschen gut. Das ist immer wieder. Ich bin mir da nicht so gut hier. Ich denke, dass ich da nicht so gut bin. Ich bin da nicht so gut, ich bin da nicht so gut. Ich bin da nicht so gut. Das ist ein paar Pfeifen, das ist ein paar Pfeifen. Was ist denn da? Nichts, nicht besser, nicht? Viel neu, viel neu. Die Reise hat läuft noch. Das sind so die Reste, die die Hänger waren, die reinigt getaunen. Das war auch für Weihnachten auch noch. Ja, so nicht stehen lassen. Das war aber schon gut Petersen. Das ist ja keine Futter herstellen. Das ist nicht so gut gehen. Das kann man auch bei den Schweinen machen. Wie gesagt, das werden wir mit dem Flanken jetzt. Und im Stall noch. Ja. Oder feinste dann so in die Mitte rein. Das ist ja. Ja, so. Die sind auch in der Lage. Der hat alles geordnet. Ja. Ein bisschen feuer. So. Hier haben wir die Luft vor allem. Ein bisschen rüber zu den Kellern. In der Böden. Hier. Die Luft. Doch. Da war der Falle vor allem. Da war man der Futter. Nein. So, die Zeit. Und dann den Kierer. Wie den großen Rauch der jetzt fliegt. Kleiner aus. Oh ja. Und dann bin ich in der Futter. Und sie haben in der Futter. Ich war immer in der Futter. Und dann bin ich auf der Futter. So, da geht es runter, da geht es runter, das kommt nicht raus. Da geht es noch ein Führer mit. Ein Hänger oben noch, da geht es oben hoch. So machen wir ja, aus dem Video rein. Das ist ein Ball. Hier. Dann soll ich bloße. Und dann fliegt er raus. Im Lager ist kein Turm. Im Lager soviel Ball. So weit, den links hier. Ich habe die Fahrt bei der Seite gestellt. Das ist ein Abfahrer. Das war noch vorn. Ganz starker von vorn. Aber er war ja immer ausgeblieben. Die Abwehrung. Die sind in den Tausendessen. Aber ich sollte mal nur sehen, wie sie sehen. Die sind so vornähmend. Aber mit CPS. Einmal noch. Die sind Disney. Die sind für alle. Ne, doch. Alles gut. So. Ich kippe mich jetzt zurück ins Lager. Dann. Und bevor. Ich habe immer ein Teilbewegung. Gehäuse anzukriegen. Und die ganzen Geräte. Die sind drauf. Das Kontrollen raus. Hier haben wir. Die Abfahrer für. Kopf und Mais. Können wir mal. Die Lager ist. Die Lager ist. Das ist ein riesiger Ball. Und dann kommt die ganze Weile hin. Die Lager ist. Die Lager ist. Alles schon. Nur Stroh. Alle deaktivieren und nicht aktivieren. So geht's. Aber so wenig. Reis. Die brauchen Heu. Stroh. Die Brennen ist in der Nähe. Donner Gericht. Das ist nicht mehr. . Die sind dabei. Das ist nicht mehr. Das ist der Punkt. Das ist ein weiteres Werk. Das ist einfach. Aber die haben wir nicht ancora. Es ist der Punkt. Schalding-Motos, Abplan, Auflagen, und jetzt wird es gut sein. Drei Reihe der Maschinen. Bei Jekai war er ziemlich angeschissen. Der erste Fehler war wieder um drei Tage zu gehen. Zweiter Fehler war die E-Mot 2000 mittendrin. Ava links ist auch alles in Ordnung. Ihr müsst sehen, dass wir im Winter ein bisschen, also sechs Tage und noch die E-Mot. Die E-Mot, ne? Obdach nun alles 100% wie ich könnte. Also 100% wie ich könnte. Immer so wie es ist. Und Stroh. Ich gucke mal aus Halle an. Ich gucke mal aus der E-Mot. Na, ja, fast schon. Das ist ein Lager, der den Hochlager, ne? Okay. Der heu ist voll. Guck mir so. Die Anzeige. Ich bin immer wieder in die Erdrollen, das ist auch Stress. Ja. Oh, wir gehen auch hin, ich weiß nicht, aber wir gehen gleich. Oh, ich hoffe mal das klappt. Naja, es passt wohl. Zommel, alles rein. Ich meine, ich will auch mit Heu, wenn sie steuern. Aber das wäre eigentlich zu schade. Zu teuer. Aber das ist ja Futter, das ist ja die Höhe aus dem Stroh. Stroh ist ja das Wertfalter, das sind drei Liter weg. Und dann war es eigentlich das Abteil. Ist das nicht reif geworden oder nicht mehr vorhanden. Es gibt zum Beispiel Stroh und Heu. Wenn er ja noch eine Pflanze ist, dann kommt er zu. Aber Stroh ist halt eigentlich keine Abfahrt. Ich nehme das halt mit. Ja. Aber es geht doch auf und Minute, dann kommt er. Ja. Das geht doch auf. Es geht bestimmt nicht. Alles gut ist auf. Wenn ich meine Be constantly rausklauche. Das sind die steak. Da ist der Maus. Nichts. Stroh ist voll. So. Von Auslagern. Ein Millimeter. Ich wollte sagen, dass er kumuliert ist. Ich weiß nicht, dass er kumuliert ist. Das ist ein Klappesuch, ein Klappesuch. Wir haben ein Räscherl. Wir haben einen Räscherl, einen Räscherl. Das war eine Räscherl. Ich finde es voll. Das war auch nicht voll. Kalken? Wir werden hier, wir werden hier. Wir werden hier nicht gut. Dann haben wir die Räscherl. Also ich probiere es noch mal zu bleiben, gerne einen Eingang und dann probieren, dass man einen Notfall hat. Ja, so haben wir jetzt die erste Klappe noch nicht gleich, wenn man die erste Gelegenheit hat. Oh, ja, tut ich doch mal die Zeitung um. Ja, das soll es auch für heute, die du da seid. Auf den Dank, bis heute Abend. Tschüss, ciao, bis dann.